So, los geht's. Speedrun. Ich habe keine Ahnung, wie schnell es geht. Verdammt, jetzt müssen wir wieder... Oh, no. Beginne eine Geschichte. Wenig Zeit, okay. Oh, was Einfaches. Ja, genau. Irgendwas Einfaches. Das ist das neue Google-Phone. Hey, Google! Ihr habt gesagt, was Einfaches. So, auf geht's. Oh, no. Wtf. Okay, das ist mal eine wilde Sache, okay. Äh, nein, nein, nein. So machen wir das nicht, machen wir das. Das machen wir so. Nein, so machen wir das auch nicht. Das ist doch leicht. Okay. Okay, schön. So. Ach du Scheiße, Zeitdruck. Ja, sehr gut. Das soll was werden. Und machen wir noch hier. Ähm. Machen wir das raus. Machen wir was raus. Was. Wie soll man da was Tolles malen in der Zeit? Boah, keine Ahnung. Was kriegt ihr schon hin? Meine Fresse. Das ist auch wieder so ein Thema. Läuft. In der Zeit. Alter. Glaube, das ist in Ordnung. Ich glaube, das... In der Zeit kann man nichts malen. Oh Gott. Okay, das soll ich reißen. Scheiße, was soll denn das da? Äh, was soll ist das? Ähm. Äh. Äh. Einwitt. WTF. Hey Kyla, 21 Monate. Mega nice. Grüß dich. Viel, viel Dank. Wenn wir bis in Kyla feiern. Kyla! Gerade, gerade ist schlecht. Gerade schlecht. Gerade schlecht. Also gerade schlecht. Äh. Ich weiß nicht, wir haben doch genug Zeit. Nein! Hahaha. Äh. 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 bin mir ziemlich sicher dass die sich dieses aber eine laute maus klick 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 jawohl kyle ich habe die scharke aufgereiht sieht kacke aus ist egal ich gebe auf kopf 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 meinst du wirklich wie mit der beschreibung die ich hier zum beispiel ja wenn man das mal wenn du ein wort und dann ein buchstaben hast kann man das gleich machen weiter das ist ja irgendwie gar nichts fertig auf anzugeben das ist ja irgendwie ich glaube ja ich finde es auch gut dass die die beschreibungen immer inzwischen buchstaben fehlen buchstaben bei mir sind es fünf buchstaben ja ok bei mir sind es sehr viele nur das letzte wort ist nicht mehr ganz richtig aber ich glaube ich habe es richtig interpretiert bei mir ist es ein wort und ein buchstaben ich muss das hinschreiben damit man das irgendwie versteht oh ja haute ticke ist über mir nichts hinschreiben zwergen führst doch sonst versteht man ja nichts zeichnen ticke komme ich jetzt nicht hin oh was ist das ok ok und woher wissen wir dass ich das bin oh sorry jetzt erstes verraten korrekt ist nein ich mache es kaputt das ist sehr hässlich aber ich stehe dazu es ist hässlich aber es ist meins ja aber ich habe es gezeichnet das ist gut was soll das sein viel spaß mit dem raten ich habe das gemalt was dort stand ich glaube das ist richtig was ich gemalt habe das funktioniert so das funktioniert ok 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 so war es eine gute runde sehr schön ich weiß nicht wie sieht das aus ich bin ich sehr gut in der kunde kunde keine ahnung das wirst du schon drei streifen zwei farben achso ah ok das kapiert ja warum mache ich mir eigentlich die mühe das hier so zu machen ich bin ein idiot ich bin nicht sicher ob das die richtige flage ist aber so ok nein das weiß ich weil ich habe die beschreibung geschrieben ich meine aber ich habe jetzt die falsche ich glaube das ist gemeint damit das ist die einzige die ich kenne das muss es sein das muss es sein oder ich glaube schon ich habe es noch ich habe es noch ich habe damit man es noch erkennt eine abkürzung da geschrieben aber es ist ja gut was so ist vielleicht ist glaube ich falsch das war doch die ach so ok jetzt müsste ich bereiten drei von zwei farben oh das ist wirklich hübsch geworden war es doch die richtige ok ok die geisterstressig what the fuck was was ist das denn ok 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 ich komme mir vor als ob ich ok 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 ich kann das ich kann das ah die zeit ist nicht da die sehen so glücklich aus ich habe irgendwie déjà vu hier gerade ich habe irgendwie déjà vu hier gerade ich kann nicht zeichnen egal in Form es muss reichen es muss reichen what the fuck why do i do i draw this hey kathy grüß dich die kette star wie geht es dir ich meine ich habe es gezeigt drei namen verwendet das ist gut mega nice ich mache gleich eine verlosung und drei von deinen games mit dabei ok dann bleibe ich doch klotz dran die 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 jungs und mädels wir haben jetzt geht es ab jetzt will ich aber die ergebnisse sehen was daraus gewonnen ist jetzt einmal so ist das durchboxen jetzt hier eine katze trifft ein vogel aha hier trifft es ein bisschen schwierig aber ja okay das ist der freunde angekommen eine katze und ein vogel und schau chicken an ist auch kein und schon siehst du und chicken ok er soll eben ja wohl wolf oder so ja genau so eine wolf und ente sehr gut da ist aber was daraus geboren mit schnell zu einem hund und wird zu einem gezeichneten hasen die als raupe beschrieben wird der sofort zu den raubwandel ist ja unfassbar wie konnte das daraus werden das gut ich muss ich muss mich hin grinsen fünf monate wie viel ist abgespeichert einmal abspeichern dass das gibt du ich war hier immer alle ab keine panik ich dachte er schreibt müden kommentar ja noch klar das ist der toaster und der hat einen toast ausgeworfen stein mit stein 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 ich bin die einfach und jetzt es ist genau ja okay was hat sich red ausgedacht gehabt eine katze eine katze ich glaube der kaktus ich glaube die kratzer ziemlich lange gesetzt hat sie eigentlich durchgesetzt springt der kaktus ist geblieben und schreit auch sehr gut rast aus gibt es denn das gibt es denn das gibt es den kaktus hat ein kaffee ist ja schön wo ist denn alles weg wo ist denn die alte wo kommt denn das das brille brille auf einmal ist liss ein rentner ja rentner mit brille bei mir wurde auf dem rentner eine rentnerin oma mit rollator und brille liss, du weißt bescheid ne, deine zukunft yeah dragon, sehr schön umira mit rollator ja yay ja ist doch fast äh jawoll, alex mit kräft hübsches kleidchen, hübsches kleidchen ja, alte Frau mit rollator siehste, alter siehste, wir machen das gut lost genauso sieh dir aus wie ein einkaufswagen rindner von alex zwergi hat's richtig interpretiert jahn nein also wir halten fest liss ist ein rentner oder zumindest alt liss ist ein kaffee bendy so liss hat einen kreis manne mit brille mit b also ich find's gut dass das geschlecht wieder zurück gegangen ist vor allem's gestern ist redner mit brille b steht daneben und dann trillie so nö also besser zeig ich den also besser zeig ich den hilf ganz kurz irgendjemand übersteuert hier gerade sehr laut das tut ihnen ohren weh die giraffe auf dem klo das hab ich wieder die kam niemals das wurde ein gelbes lama schnell die kaffee im klo gelbes lama kackt aah ich bin aufhänglichen oh wie gorgi meine dauerwelle aufs lama ich bin der eindruck dass da noch klar war dass das ein lama sein soll weil die hat das auch noch gezeichnet dragon gelbes lama kackt ich kann nicht sagen es ist kein gelbes lama geworden was ich irgendwann hier höll okay minute ich finde es gut dass ich gar nicht mehr irgendwie definieren wollte was der 400 sieht man doch damit er auch verloren Es wäre lustig gewesen, wenn der Kackhaufen gelb geworden wäre. Ich bin jetzt da dran. Da wurde ein Dackel zum Schluss raus. Ja, sehr schön. Ein Dackel, der kackt. Aber der Kackhaufen ist mehr denn durchgummt. Das Flo hat sich durchgesetzt. Ich muss auch sagen, also Alex Lama gefällt mir sehr gut übrigens, muss ich mal sagen. Das sieht sehr knuffig aus wie die Lama. Die Lama ist dann hübsch geworden. Das ist gut. Doch, doch, das ist das eindeutige Lama. Das ist aber ein Dilemma. Ich mag auch Waldis Lama. So, und schauen wir noch, was ist das nächste? Bendy Junior. Schlammkätzchen mit zwei... Ach so, Schlammkätzchen mit zwei... Ich glaube, das habe ich auch nicht verstanden. Schlammkätzchen. Ah, Alex, genau. Das war genau hier. Er und seine Fantasie hier wieder. Das ist der Junior. Ja. Ich habe, glaube ich, schon die Hälfte der Zeit nur mit dem Lesen verbraucht. Bendy, wir haben Fragen. Bendy, ja. Bendy, erklär dich. Ja. Bendy lacht nur. Ah, jetzt ist ein Schwerter. Bendy heimlich sich mit seiner Sohne mal anschaut. Jawohl. Zwei Personen kämpfen, Schwertkampf. Aber da wurde aus dem Schlammkätzchen wurde schon ein Schwertkampf. Jetzt wird es ernst gemacht hier. Ja, jetzt geht es richtig los. Das Schlammkätzchen war nur der Vorkampf. Stichmännchen kämpfen, wenn ich bin. Wo? Wo ist das? Stichmännchen. So 3Dig. Zwei Menschen kämpfen mit Schwertkampf. Das hat sich gut durchgesetzt. iPhone, alte Generation. iPhone, alte Generation. Ist auf einmal neu. Merkt euch die Zeichnung, die ich gemacht habe übrigens. Neu. Ich habe es aufgewertet. Ich habe das Handy aufgewertet. Neue Apple-Handy. Aber aus einem leutenden Handy wurde ein Apple-Handy. Und zwar ein neues. Vor allem das Beste ist, nachdem ich die Zeichnung gemacht habe, habe ich mir gedacht, hä, warum habe ich die Zeichnung gemacht? Weil ich habe doch schon eine Zeichnung gemacht. Tee trinkt. Tee trinkt. Trilli einfach Tee trinkt. Oh, okay. Oh, der Waldi, schau dir das an gleich mit einer, also eine Instruktion. Ein Mann trinkt einen Tee. Sehr schön. Sehr schön. Schicki. Mh, schlürf. Tee. Sehr schön. Schlürf. So was kann man nie bei mir an. Und freu. Und freu. Da. Ah, sowohl. Tee trinken. Freut sich. Das sind aber viele Albies hier. Ein bisschen mehr Zeit von Albies. Dekan, ey. Das sieht aus wie ein Erdbeben. Das war in Japan vor kurzem. Männchen, fliegt durch die Luft. Oh, jetzt weiß ich, was bei mir ankam. Boah. Äh. Äh. Das ist von meinem. Äh. Von links nach rechts. Yep, das kam bei mir an. Ich rinke einfach mal, das ist bei mir anders aus. Ihr könnt nicht alle mal. Blaues Cape, rotes S. Ich habe ihr das Sagen. Finde ich bin der Designer. Äh, das hat sich schon immer an den Moment gestellt. Rote Cape. Ja, aber schon. Schauen wir mal, was ich Waldi ausgedacht hat. Ein Baum fällt hoch. Oh, das habe ich gezeichnet. Trägt schon nicht. Das sollte doch einfach sein. Ja, und ich bin wartet. Baum fällt. Baum fällt. Ich glaube, bei der nächsten Beschreibung kommt es dann. Oh Gott. Oh, oh, lost. Lost hat. Oh, shit, lost hat. Das war lost. Eine Schlamm-Lawine. Das war eine Tatlost. Ich glaube, eine Schlamm-Lawine. Die Animation. Ich glaube, ja, da kommt die Navine. La-Wine. Ah, ha. Ich glaube, Wiener. Das schlamm-Lawine. Okay, dann hatten wir tatsächlich... Doch, ist eine Navine. Ist hübsch geworden, Alex, oh. Die Wiener holt in den Appen. Jawohl. Siehste, sehr gut. Schön. In La-Wine. In Schneelawine. Da wurde, siehste, da wurde aus dem umgeholzten Baum... Oh, jetzt. Oh, oh, da wurde gleich noch Dramatik reingebaut. Absturzler Mann, Lawine hinterher. Sehr schön. Hübsch. Was war die Ausgangslage? Ein Baum fällt. Ein Baum fällt. Ein Baum fällt. Ein Baum fällt. Ein Baum fällt um und lost. Und das hatten wir später nochmal irgendwo. Klick und alles ist braun. Aber ich habe schon mal... Ich habe nachher noch meinen... Ich habe einen umfallenden Baum gemalt. Also, das ist... Ich glaube, das kommt noch mal. Ja, wir hatten zwei... Schweizer Flagge mit grünem Himmel. Schweizer Flagge. Aha. Ach. Verkackt? Nein. Bei dieser Schweizer. Okay, bei wem? Bei wem? Wo hast du verkackt? So? Ja, gut, der hat mich verkackt. Ganz klassisch. Sehr peinlich. Wird bestimmt aus Schweiz, wird gleich Dänemark. Österreich. Wie ist denn das? Wie ist denn Schweiz zu Österreich geworden? Ich weiß es nicht. One for green. Ich dachte mir, es wird schon grün hinter sich sein. Flagge von Österreich. Wie ist denn die Flagge? Der Hintergrund ist egal. Zack. Wie ist denn die Flagge von Österreich zu... Wie ist denn Schweiz zu Österreich geworden? Österreich. Flocke. Oh Mann, ey. Österreich. Flagge. Ja, hat den. Der hat auch ATEN gemahlen, weil ich nicht wusste, ob das das richtig ist. Lagen, mit dran. Österreich, flau. Österreich, flau. Ja, okay. Ja, so mit dem grün. Immerhin. Immerhin, eine Flagge ist geblieben. Aber die Flagge. Flagge. Die Flagge ist geblieben. Junior, der kennt seine Länder noch nicht so gut. Das ist okay. So gut einfach. Ich wusste es auch nicht, aber ich war noch richtig. Ich hätte auch nicht Schweiz geraten. Ich hätte ehrlich, ich hätte ganz ehrlich Dänemark gesagt. Du was steuerst. Ja gut, aber ich... Was laut. ...wird mal sagen. So die Nachbarländer. Schweiz, Österreich. Mein Mann. Ja, sollte man vielleicht, aber. Ich muss da mal ehrlich, ohne Scheiß nachdenken. Ah, da ist der Baum, der Feld. Welches der beiden? War es das Kreuz oder doch das Weiße mit dem... Wir hatten zweimal. Ich hab's noch mal gekookig. Okay, ein Baum, der Feld, okay. Wir hatten zweimal, ein Baum, der Feld. Das ist niemals bei mir angekommen. Wir haben ja auch nicht. Den zweiten Baum, der Feld. Der Baum. Wir hatten zweimal, der erste Ausgabe. Der Baum F. Baum F. Baum F. Ja. Baum F. Ja. Weil die macht natürlich einen Baum. Hübscher Baum F. Sehr gut. Okay. Japanisch. Das kam bei mir an. Das ist ein Bein, aber. Wir müssen das in Japanisch an. Ja, der hat ein Bonsai gekriegt. Ja, der hat ein Bonsai gekriegt. Ja, der ist ein Bonsai gekriegt. Ja, der ist ein Bonsai gekriegt. Ich dachte mir, was soll ein japanischer Baum sein? Also muss es in Bonsai sein und jemand, weiß noch nicht, dass es ein Bonsai heißt. Ein Bonsai-Bonsai-Bonsai. Ah. Häbsch. Hast du gerade gesagt, was ist ein Bonsai? Ja, was ist das? Ein Bonsai ist ein ganz kleiner japanischer Baum, den du zu Hause hältst. Genau. Also der ist zum besten Fall tischgroß. Und was du halt machst, ist, ist auf die Art und Weise, wie du den Baum pflegst, und den musst du wirklich die ganze Zeit hegen und pflegen und zurechtschneiden. Ja. Der sieht dann im Prinzip aus, wie ein ganz riesiger, großer, gigantischer Baum, aber wirklich, als ob du den nimmst und dann ganz klein skalierst. Und dann, ja genau, google das mal, das ist ganz hübsch. Und das ist unfassbar, wie viel Arbeit da, die sich die Leute machen. Also da ist dann auch sowas, dass du sogar extra mit Drähten, die du um die Äste ziehst, die Äste kannst du dann auch noch einwässern, damit du die besser verbiegen kannst, wo du dann über Monate hinweg diese Drähte an den Ästen lässt, damit die die richtige, perfekte Form haben, damit du die genau so hast, wie du die haben willst, damit du dann zum Schluss, wenn du dir diese Drähte auch wieder wegmachst, und dann halt einfach bestimmte komplexe, coole Formen hast. Und so ein Bonsai-Baum, wenn der richtig gepflegt ist, der kostet ja 30.000 Euro und mehr. Und die können ewig alt auch werden. Also das ist super interessant. Also muss man nach Bonsai-Bäumen einfach generell mal schauen. Gibt's super coole... Ab wann ist ein Baum eigentlich ein Baum? Das ist eine coole Frage. Ich hab keine Ahnung. Machen wir weiter. Ab wann ist ein Baum ein Baum? Ein Baum ist ein Baum... Könntest du mal bitte flüstern? Das ist... Du übersteuerst extrem. Du kannst auch Leute in Discord-Läuse schicken. Ja. Ich weiß ja nicht, wer das ist. Ich weiß ja nicht, wer der kommt. Männchen ist das immer. Äh, Strichmännchen. Liebt Strichmännchen. Okay. Ach gut, siehst du, das hab ich gut interpretiert. Eine Frau oder ein Mann, die sich... Ich dachte mir so, hm, die sich... Was? Detektiv Liz? Ja. Tadadadad. Eine Frau, ein Mann. Ein Liebespärchen. Ein Liebespärchen. Ui. Yay! Red ist ein bisschen... Okay, Red braucht eindeutig noch mehr Liebe. Das ist auch ein Red, was ich jetzt... Nichts gleichgeschlechtliches... Zweitpersönlichen. Ne, das ist alles in Ordnung. Zwei Positionen lieben sich ganz toll. Ein Liebespaar mit Herz. Das Liebespaar ist geblieben. Und was machst du am Anfang? Yay! Ja, die Liebe ist geblieben. Die Liebe setzt sich durch. Ein verliebtes Paar, schau an, wie das so ist. Bonsai können auch zwölf Meter groß sein. Die Liebe bleibt für immer. Ich sag's für die Leute, das ist... Oh, da kommt Bendy Junior hat noch sogar ein Armour dazu gemalt. Schau mal an. Die Liebe geht durch alles. Das ist... Die Liebe bleibt. Das ist... Das ist einfach... Das Schöne ist, ja, also... Was können wir festhalten? Erstens ist Bendy Junior sich offensichtlich sehr für Liebe interessiert, weil er extra ein Armour dazu gezeichnet hat. Da gibt es sehr, sehr viele Details drin. Und weiter Schlammketchen mit Frauenketchen. Schlammketchen mit Frauen. Sehr geil. Ganz genau. Bendy Junior hat zum Baustickel in den Ohren. Und jetzt kommt Werbung. Werbung. Und jetzt kommt Werbung. Das ist das neue Google-Fund. Hey Google! Hey Google, wir machen Selfies! Es macht, was du sagst. Vor allem, das ist das beste, das neue Google-Fund. Ich denke mir so, habt ihr euch gemerkt, wie ich das iPhone gemalt habe. Oh, 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 oh. Pass mal auf, was ich... Die scheiß Werbung, das ist... Es ist immer die... Ich hatte einfach nur die Werbung im Kopf, das ist... Kennt ihr diese Werbung von... Das ist diese nervige... Google-Fund. Google-Fund. Wait. Google-Fund. Trilli, was hast du mit Google-Fund? Oh, Mann. Mit Google auf PC. Aber die Firma ist geblieben. Die Firma ist geblieben. Google auf PC, okay. Bendy, Google-PC. Nice. Es wurde nur noch Goggle irgendwann draus. Goggle. 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 Jetzt nur gut mal. Google. Alex wusste, was er gemeint hat. Ja, ist spärlich. Google-Ecken, das ist auch noch beschrieben. Das Rot-Gelb, Google-Blauer. Ich hab nicht mal die Ahnung. Ich weiß gar nicht mal, wie die richtigen Google-Farben sind. Warte, ne? Ich hab mir... Google ist doch mal. Erstmal Google googlen. Ich hab ja jetzt einen neuen Tab Google aufgemacht, um die Farben zu... Ja. Digga, ich auch. Ich konnte nicht mal auf den Landschaften aufmachen, weil die gerade diesen Frühlingsanfangspiel Rot-Gelb, Grün-Glau? Ja. Alter, hab ich das am Anfang? Nee, hab ich rot-Gelb. Ich hab einen neuen Tab geöffnet und auf der linken Seite ist bei der Google-Suche so ein kleines Google-Icon und das hab ich einfach abgemalt. Ja, ja. Same. Ja, wild. Nee, siehst du, weil ich hab... Ich wusste es nämlich nicht, deswegen hab ich prompt falsch gemalt, wie man eigentlich sieht. Das hätt' ich jetzt faszinierend gefunden, hätt' ich das gemolken. Ich hab' zuerst überlegt, ob ich's ausschreiben soll, in verschiedenen Farben, aber das war mir dann irgendwie zu stumpf. Ja. Ja. Okay, das war noch ne lustige Runde. So, das war in der Tat eine lustige Runde. So, also, das war aber auch erstmal die letzte Runde von Agartic Phone, weil wir nämlich jetzt das andere übergehen, nämlich... Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Ich glaub ich noch, wie es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und Glocke aktivieren. Schönen Tag haben und schaut überall vorbei. Haut rein. Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen.